Ich bin leider... Was? Was ist denn das für eine Hupe? Nee, 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 nee. Ich muss den Lasten-Esel spielen, weil ich doch Lehrling bin. So ein Mist. Ähm, da. Erstmal hier rein, die ganzen Steine, die ganzen Mist hier. Hier können wir mal die ganzen Lumpen hier reinschmeißen. Ich wollte ja normalerweise, es ist draußen wieder mal helle. Endlich. So, was haben wir denn gekriegt? Wir haben Gold-Coins bekommen. Hm, nicht schlecht. Von Saumcraft. Sehr nice. Ähm... Eisen, Redstone, sehr nice. Ein Sattel für Schweine. Ähm... Ah ja, das ist wieder mal von mir gedacht. Der Esel schmeißt wieder alles, schmeißt alles durcheinander, ja. Das war mir klar, aber da gibt's keine Ordnung. Ähm... Das ist doof. Ähm... Das können wir noch hier reinschmeißen. Und... Das Leder können wir aus dem hier reinschmeißen. Und... Ich nehme hier erstmal diese drei Eisen. Und nehme hier erstmal noch... Ein paar Sticks. Und dann gehe ich erstmal draußen Holz sammeln, weil sonst bringt der hier ja nichts mehr. So... So... Wieso ist doch schon ein bisschen Kohle da, oder nicht? Ich bring jetzt auch nochmal wieder welche mit. Das hat mit der Kohle nichts zu tun. Ähm... Wir brauchen aber irgendwie immer Futter. Na warte doch mal. Ich bin doch gerade dabei. Was ist das hier in der Special-Teste? So... Ja... Und zwar... Machen wir das erstmal so hier. Nutz alles nicht. Äh... So... Und jetzt... Brauchen wir hier das hier. Zack. Zack. Und... Nehmen wir das hier. Weizen haben wir hier. Und was haben wir noch? Hm... Können wir nicht noch irgendwas anbauen? Klar, ich glaube das hier können wir auch noch verwenden. Haben wir noch irgendwas hier reinstecken? Ähm... Übrigens ist ein Ring hier. Den... Mundam... 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 Mundana-Ring hier. Du spielst ja bestimmt auf Deutsch, nicht auf Englisch. Den kannst du übrigens anlegen. Oh, Chili. Chili ist gut. Ja, aber das bringt dir nichts. Was willst du damit? Anbauen. Was? Wie anbauen? Was? Hä? Was ist denn da anbauen? Wieso... Hä? Bin ich denn... Ja... Ja... Uh... Achso... Ich bin wirklich schon Misocke, oder? Ich kenne nicht mal die einfachsten Minecraft-Rezepte. Kannst du das vorstellen? Na toll, das ist ja doof. Was machst du denn da? Ich mache mir jetzt einen Toast. Ach, das ist ja süß hier, ne? So, ich habe mir jetzt einen Toast gemacht. Hast du da noch die, die Dingens da, die Ho, die Hacke, die... Ja, da ist er. Ach, nee. Eselchen, Eselchen, Eselchen. Schöne... Mh! Schöne... 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 Also, ich wollte jetzt hier draußen nichts anbauen, ne? Weil, was bringt mir das jetzt draußen anzubauen. Ich gehe nachts eh nicht raus. Kannste vergessen! Nachts brauchst du ja auch nicht raus. Ich muss aber tagsüber... Oh, ich habe ein Pumpkin gefunden. Oh, nice! Yeah! Wieder Level Up! So... Ist mal nicht so weit entfernt hier, weil... Ich weiß ja gar nicht, wo ich hinrennen muss. Hier haben wir eine Kuh. Und die Kuh, das brauchen wir eine Kuh. Ich sehe Schweine, ich gehe mal Schweine hauen. Ey, die Schweine haben Schweine gehabt. Nee, eben nicht. Ich hauen sie ja gleich. Ach so ist das. Ähm... Drei... Vier... Und zwei. Oh... Oh... Da ist es drin, weißt du. Ach nee... D-d-d-d-d-d-d... Ähm... Kau-Tiger, uuuuuh Sag mal, was bist denn du noch alles? Light Level 11, uhlala Ich habe eh eine Wolle, kannst du dir das vorstellen? Eine Wolle Ich habe eine Zucchini, ach Und das glaube ich dir echt Hinter mir, was? Unglaublich So Lass doch auch ein Piepmatz in Ruhe Hm So, ich bring jetzt mal einen Haufen Zeug Du bringst einen Haufen Zeug? Mhm Dann bringen wir den Haufen Zeug Jo, Rolf, danke dir auch Schönen Abend hier noch Oh, na eben, da sind wir fast zu weit, ne? Hat er sich verabschiedet? Geh ich mal davon aus, ja? Jo, 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 jo Dann auch mal von mir, tschö und danke fürs Zuschauen So, was hast du denn alles für die Lumbe hier? Ich mach mal ein ganzes Gelug... Oh, ich hab Äpfel 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 Alter Was haben wir denn jetzt, ne? Night falls in the walls, um ein... Was? Aha Keine Ahnung Achso, ich soll's in den Ofen schme... Der Esel geht doch nicht hin, ja Kommt das da nicht rein? Hier ist schon ein bisschen Holz gesammelt, ne? So nebenbei So... So, dass du dich noch raus traust Hm... Hm... Following the Treats So, da hin Dann gehen wir auf Lexica Botania Und dann gehen wir hier auf... Weiter... Weiter... Hm... Hm... Okay Mystical Flowers Ähm... 16 verschiedene Farben Blablabla Das kennen wir auch schon Ähm... Okay Wenn wir die pflanzen, ja, das sind die ganzen... Pedals Dann haben wir hier eine Paddle Model Genau Da kann man noch Puder draus machen Mhm... Fertilizer Hat man auch in... Manchen Sachen Juuu Dann kann man auch ganze Blöcke draus machen Ist auch nicht schlecht Auf alle Fälle dieses Pedals Das werden wir uns jetzt mal craften Ja... Und zwar brauchen wir da nur... Ssssssss... Cobblestone Slaps Das kriegen wir hin Ähm... So. Stone Rod. Ich brauche Coupled Stone Slabs. Und zwar, wie war das? Und da war schon so eine Mystical Flower. Wo haben wir die? So eine Pflanze. Nehmen wir mal so eine Weiße. So. Auf alle Fälle war die in der Mitte. Das war hier unten drunter. Das war hier oben. Ne. Achso. Du hier hin und du da hin. Coupled Stone. Coupled Stone. Okay. Ah, jetzt haben wir es. Haben wir eigentlich noch ein Eisen. Drei Eisen. So. Haben wir noch irgendwo ein Eimer? Ja, hier. Bist du draußen? Der ist wirklich draußen, der Esel. Mhm. Naja, immer nur in die Bude verkriechen bringt ja nix. Ne, das mache ich ja auch nicht. Aber wollte ja nur mal so anmerken, dass der Esel nicht da ist. Und mich aber ganz alleine lässt in Learning. Uuuuuh. So. Was brauchen wir denn noch? So. Jede Menge, ne? Jede Menge, ne? Was nicht schlecht wäre. Oh, Janne. Wer kommt denn eigentlich die Schaufel her, die ich hier habe? Was wird denn? Okay. Keine Ahnung. So. Okay. Wir brauchen so ne... Wir brauchen jetzt so ne weiße Pflanze. Wir sind nur pur diese Daisy. Hm. Das kommt nämlich ein bisschen Holz. Nehme ich auch ein bisschen. Wir brauchen nämlich vier weiße. Okay. Oh oh. Hab ich noch weiß? Ach ich hab noch. Gut, sehr schön. Zweimal weiß hab ich noch. Jeweils zwei kriege ich raus. Und ach ja, dann brauchen wir noch... Ihhh gehts mal ne Gießkanne. Schade. Sag mal. Hast du jetzt zufälligerweise noch seet einstecken? Nein, nein nein, äh. Minecraft egal seet oder was? Ah nun. Ich hab微 alle ausges essentially выбран Story. Ach nun. Juher. Home. Safe. Close. Wow. Wow, das hat schon mal doch Ping gemacht. Also mit Botania zu arbeiten, wird mir sehr viel Spaß machen, weil mit Botania kannst du wirklich sehr viel automatisieren. Also für ihn selbst. Also jetzt hier. Ihhh, der Sensenmann. Und ein Skelettus. Du lädst die beiden Gestalten aber jetzt nicht zum Kaffee ein, oder? Ähm, hatte ich eigentlich nicht vor, aber wir haben ja keine Wolle weiter da, oder? Ach ne, hier müssen ja sowieso alle wedle pennen gehen, so ein Mist. Hier ist gerade mal eine Wolle. Weed. Weed Seed. Du, du, du. Äh, da muss ich mal eine Spitzhacke hier. Da unten sind auch Finisterre gestalten, oder? Ja. Wo willst denn du schon wieder hin? Runter. Unten gibt's das gute Erz. Hier, dann solltest aber auch mal nicht vergessen, meine Fackel hinzustellen, du blinde Nuss. Das Ding ist aus vorne oben. Mit Fakten. Fakten. Ist mir wurscht, aber ich seh zumindest was. Und unsere Zuschauer sehen dann auch was. Das Ding müsste jetzt genau neben mir sein, oder? Gib laut. Oh ja. Oh ja, da ist es. Sieht komisch aus. Und ich hab keinen Bogen. Ne, nicht ganz da. Ne, da haben wir rechts, 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 rechts. Aber das war der Kleine. Der schmeißt ja schon gereicht, oder? Du kannst eben nicht alles haben. Das stimmt auch wieder. Dum 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 dum. Ich bin schon ein Level aufgeschrieben. Gibt's noch sowas? So, was haben wir denn hier? Was? Limoniert? Oh. Oh Mann, hier gibt's Erze, ey. Wo ist denn der Esel schon wieder hin? Hallo? Ich musste mal eben kurz was futtern. Sonst bin ich ja gleich kaputt. Kaputt? Wieso bist du kaputt? Kaputt. Ich hab noch ein bisschen Eisen gefunden. Ich sagte, wenn wir dieses Mod-Pack so gut wie überstanden haben hier, ne? Dann spielst du aber mit mir mal einen Mod-Pack. Kann ich mal beschleun. Das kann dauern bis das mal hier und so. Haha. Der war, der war... Na dann bin ich wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie da... Darf ich da irgendwelche Pipes verlegen oder so? Ne, ne, nicht so ganz. Dann fliegen wir zwei aber mal zum Mond und zum Mars. Hä? Ich bin nicht schwindelfrei. Und machen uns eine Weltraumstation. Weil ich hab nämlich wieder vor Galacticraft, äh... Mal wieder zu spielen. Generell auch mal so ein Mod-Pack zu erstellen mit Galacticraft. Okay. Und... Oder mir eins zu nehmen und dort schmeiß ich schon noch Galacticraft rein. Also... Ne? Weil Galacticraft ist wirklich... Ich find's immer noch ein genialer Mod, gerade auch weil der auch so schön weiterentwickelt wurde. Äh... Ich hab Reston gefunden, ich hab Gold gefunden. Und... Amethyst. Genau. Machen wir da hin, machen wir es schon immer mehr. Das kannst du jetzt noch nicht abbauen. Ne, aber wir können zumindestens dann mal versuchen, erstmal uns einen Tinkersofen zum Beispiel auch zu erstellen, ne? Also so in die Richtung. Ja, aber trotzdem wäre es nicht schlecht. Ich hab' noch nicht so schnell wie möglich drei Diamanten sodass... sodass man das Limonade abbauen kann. Wenn du daraus einen Schwert baust, hast du plus 10. Ja, und wenn wir uns aber... Wenn wir uns auch einen... Wern wir uns aber einen... Den... Den Tinkersofen bauen. Und dort erstmal mit... Ähm... Eine bessere Spitzhake herstellen können. Dann kannst begrüsst dass dann auch abbauen. Da brauchst du nicht unbedingt Diamant dazu. Weil du kannst ja mit Tinkers Konstruktge�osen, an er startet ja auch eine gute... Axt, äh, also Spitzhacke bauen. Und dafür brauchst du aber auch einiges an Leben, ne? Ja, Lehm brauchst du und Sand brauchst du. Das ist klar. Mit Holz geht es auch gut. Was soll ich denn sagen? Weißt du, was willst du denn sagen? Sag doch mal was. Na, was denn? So, eine Spitzhacke ist gleich hinüber. Das kann ich sagen, ja. Jetzt bin ich ja mit einem Butler von... Oh, ich bin ganz unten. Wir sind schon auf dem Bedrock. Ja, ist aber gut. Wir sind ganz unten auf Bedrock gelandet. Ole. Meine Tonne, die Holzschafel ist kaputt. Was heißt das, meckere ich eh schon noch rum wegen der Holzschafel? Nein, ich meckere nicht, ich jammer. Das ist ja noch schlimmer. Das stimmt. So, gut, dann gehen wir mal nach oben. Ich gehe mal das Gold einschmelzen. Du-du-tu-tu-tu. Du-du-du-tu-tu-tuh-du. Du-n-duem. Du-n-du-dum. Dum du-n-du. Puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh. aber 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 mit haute augen was ich sehe es nicht toll ist jetzt sagt mir ja nicht meine ganzen sachen sind weg nein du bist du hingefallen ich bin auf der treppe hochwärts gestorben gehen da einfach wieder hin sagt es so einfach geht einfach wieder hin dann bist du wieder gemüse so gucken wir mal ich bin schon ewigkeiten in minecraft nicht mehr gestorben aber das ist mir gerade ein bisschen zu viel das geht gerade gar nicht hier wo ist es denn das blöde vieh hast du deine sachen jetzt wieder nee weil ich mich immer noch mit diesem blöden vieh herum streite ach so ist das hier liegt eine leiche rum wie lange bleibt dieser liegen solange bis du das zeug rausgeholt hast hier liegt ein körper ein lebloser körper und das stimmt dann damit ja eigentlich mit seinem kraft arbeiten gibt es auch noch so ein trick und wir brauchen ganz viel gehirne sich eigentlich auch noch und sind hier gehirne essen und dann dann kannst du dich in so einem zustand bringen wo du dann die biesternaht siehst was denn wie die biesternaht die komischen und zu sporn ich bin draußen und da bin ja drin nee und da kannst du dich in so einen zustand bringen und ja da hast du dann da kannst du dann zumindestens du kriegst den satz heute auch nicht mehr fertig oder nee ich bin jetzt total durcheinander ich muss mich ja voll konzentrieren geht gar nicht ich krieg ja schon die krise wenn ich hier schon sehe was wir von der erzverschwendung haben hier schmelzen bei 400 grad keine sorge das zeug geht nicht aus außerdem ist das ein erz das das wirst du nachher auch kaum mehr brauchen hast du eine ahnung für saumkraft brauchen wir schon ein bisschen was so ich möchte mir aber auch gerne erst mal eine wo ist es denn genau ich brauche ein eisen und ein stock ein eisen und ein stock so und so so ich habe mir eine schüssel gebaut ok und wofür wenn ich fragen darf um meine umgebung zu verschönern was ist denn du gedacht willst du hier wohnen bleiben na nee aber wir müssen hier ohne das ganze zeug wieder mitschleppen wie wärs denn wenn wir uns so langsam mal anfangen da mal was zu suchen ich will jetzt los und lehm suchen und sand na dann machen wir aber da müssen wir ja trotzdem hier bleiben ja erstmal bis so das gröbste zeug zusammen gefarmt ist sooo Oh du duu Sag mal hier findet man auch gar nicht oder? Kann das möglich sein? Ich habe es Hier ist doch Lehm Sand ist doch hier auch genug Klee Ich brauche an Ich muss mir erstmal eine neue Schaufel machen Meine Schaufel ist mir gerade kaputt gegangen Ach nee Okay hau doch mal ab du blöder vogel ist ja schlimm hier doch ich hab ihn erstrochen so 1 2 3 4 und so jetzt habe ich zumindest diese pflanze die poor daisy sehr nice von botanien der erste pflanze habe ich schon nur langsam meine kiste ja wir sind doch kisten so da kann ich zumindest von botanien mal die ganzen sachen hier rein tun was die suche nach blut hat begonnen dann sollen sie mal suchen sollen sie mal suchen aber ohne mensch zwitschert überall ist ja schlimm die sollte man auch immer noch einmal einstecken haben so die suchen nach blut und das ist die sind spezielle mobs unterwegs die aber auch spezielle sachen wir haben mal trocken das ist schön ich bin zumindest ein bisschen helligkeit der zweite reinbringen wenn du willst oder nicht iiiiii was ist das Lass mich in Ruhe. Ich habe hier Mysterium Realm Stone gefunden. Lass mich raus hier. Ist mir Wurst. Ich kriege gerade schnelle Füße. Sagt mir der Esel schöne Aufbauwaren dazu, wisst ihr was? Naja, der wird gebraucht. Was mache ich denn hier sonst hier? Blablabla. Alter Schwede. Ja. Es gibt mindestens noch einen Mod, dass wir hier wenigstens mal hier... Egal. Ja. Also ich bring gleich jede Menge Sand und Lehm. Das ist schön. Gibt es auch noch was? Glas. Okay. Den Knapsack gibt es ja auch noch. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal den Mod Soundcraft Tinkers Construct. Genau. Da haben wir ja schon das, 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 das. Eisen haben wir ja auch schon. Eisen kann man nochmal einschmelzen. Sehr nice. Gold haben wir. Eisen kann gerne nochmal einschmelzen, brauchen wir nämlich ziemlich viel davon. Für was? Für den Tinkers Construct Table? Ähm, du, 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 du. Das ist jetzt dann über das Ding einzuschmelzen, dann kriegst du es doch wenigstens doppelt raus. Wo? Ne. Über den Ofen? Über den Ofen. Da kriegst du doch noch doppelt raus. Na klar, kriegst du da doppelt raus. Hör mal, du bist hier, du bist, du müsstest das eigentlich wissen. Ich weiß viel und alles. Das hätte ich gern, das, ne, schön, schön notieren, das ganze, schön aufbewahren, schön notieren. Ja, ne, ne, das wollen wir, das wollen wir auch, klar. So, Lehm und Sand. Ne, Lehm und Gravel. Und Sand. Aha. Ich bin unterwegs. Da ist kein Platz mehr. Die Kiste hier ist, die ist tabu. Oh Mann. Da muss man noch eine Kiste machen, hier. So, hier kannst du übrigens, hier links kannst du alles Miksche reinschmeißen, Sand, Sand, Lehm, 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 Sand und Krabbel, wo ist das ganze Krabbel hin? Hier haben wir Krabbel und da ist Krabbel. So, das machen wir noch schnell und Lehm dahin, Sand dahin und Krabbel dahin und schon können wir ja brennen wie die Warnis. Dann schmelzt mal ein hier. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch, ich hab's vergessen. Na toll. Das ist ja nix. Na toll, hast's vergessen. Prima, hast's gemacht. Oh, meinst du wieder, ah. Was? So. Ach, komm her jetzt. Ne, der hat auf mich geschossen. Ja, wer weiß warum, ne? Ja, jetzt klappert er da draußen rum, vor der Tür, ich hör das. Lass ihn klappern. Lass ihn klappern. So, du hast einen Knopf gebastelt. Was? Du hast einen Knopf gebastelt. Nein, hab ich gar nicht. Nein, kein Knopf gebastelt. Ich wollte was ganz anderes basteln, aber da fehlt schon wieder Holz. Ach so. Das Typische. Hier ist Holz. Guck, da ist Holz. Da ist Holz. Ist doch genug Holz da. Wo hattest du denn das jetzt gehortet? Das hatte ich einstecken. So geht das nicht. Toll, wenn ich rechtsklick mache auf die... Pepper hier, Pepperoni, ne? Da kommen die Herzen. Aber dann sind die noch nicht reif, ne? Hot Chili. So. Aus Speedpepper kannst du Speedpepper... Aha. Es gibt ja noch was. Was machst du? Das wollte doch nicht. Ach so ist das. Das wollte doch nicht hin. Das zappelt aber nicht. Das zappelt immer noch rum, hä? Sauerei, du. Echt mal. Gut, Eselchen. Also für mich war es das hier gewesen. Das... Das komische... Die Surrits Bricks brauchen wir so eine Weile. Die Vögel draußen Vögel noch vor sich hin. Und... Hier tun wir zumindest noch mal kurz Wasser rein. Wichtig. Ja. So. Da oben ist schon im Ofen im Gange. Mann, 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 Mann. Ganz schön zu Dunia. Äh... Das wird noch nicht reichen, da. Ja, warte mal. Es gibt verschiedene Größen von dem Ofen, ne? Naja, es reicht schon. Ähm... Es ist doch genug da. Ich glaube, ich hau jetzt erstmal das Skelett. Dann kannst du das Skelett gerne hauen. Ich tue mich hier von unseren Zuschauen schon mal verabschieden. Die ganzen Folgen, wie gesagt, ähm... Seht ihr jetzt noch mal auf Youtube, oder habt ihr schon auf Youtube jetzt gesehen? Und ähm... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn der... Was? Was? Ich... Das war mir jetzt grad zu schnell. Was machst denn du da jetzt? Hä? Ich mach nichts weiter. Das hat er das Skelett auch gemacht. Ne, ne, ne. Ich hab ja nur... Jetzt nochmal an die Zuschauer von Youtube nochmal gesprochen, ne? Also... Es ist eben hoch, da steht da ein Livestream. Ihr könnt ja gerne bei mir auf dem Livestream in der Hitbox gerne zugucken. Ähm... Die gerne sehen wollen, wie der Lernling mich ja weiter antreibt. Und ähm... Ja, ob wir dann hier generell überleben. Ne. Und ähm... Tja... Ich sag nur noch... Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Barley Wattbecken. Und ich freu mich, wenn ihr wieder einschaltet. Also bis dahin. Da hat's nochmal kräftig gekrummst zum Abschied. Ja, ähm... Tschüss. Bis bald.